Okay, hier ist die kleine Jayla. Jayla ist acht Jahre alt. Stimmt doch, oder? Ich bin neun! Jayla ist neun Jahre alt und heute zeigt sie mal, wie gut sie treffen kann. Alles gut! Nicht hin und drehen! Was? Hat er! Ja! Ja, aber du hast dich umgedreht! Oh scheiße! Du musst doch mal cool bleiben! Gut! Ja! Ich hab getroffen! Ja! 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 Ju... Du... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020